Hallo, Lukin. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Gut so. Achio, Intendium. Ausgezeichnet. Achio, Intendium. Mediose. Achio. Intendium. Mediose. Achio. Das war interessant. Intendium. Mediose. Achio. Intendium. Sehr schön. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dran. Ich will nicht, wie es ist. Das war's. Wollt ihr mich? Das war's. Danke.